Also ich glaube, es gibt schon eine sehr spezielle Stimmung. Es gibt ja ein sehr breites Spektrum an Sozialisierungen. Es geht auf der einen Seite mit den Medizinern und der Pflege bis zum theoretischen Physiker auf der anderen Seite. Das sind natürlich sehr unterschiedliche Zugänge zu sehr vielen Problemlösungen. Das macht es aber auch natürlich interessant. Der Vorteil am Strahlenschutz ist, dass man mit beiden Seiten Kontakt hat und mit beiden Seiten arbeiten kann.